Keiner der Könige Jerusalems ist so von tiefer menschlicher Tragik umgeben wie dieser blutjunge Herrscher. Keiner hat so sehr die Fantasie der großen mittelalterlichen Dichter angeregt wie Boudouin IV. Sein Vater Amory stellte ihm die besten Erzieher zur Seite. Er schien sich zum Stolz der christlichen Ritterschaft auszuwachsen. Der blonde Knabe war schön und klug, mutig und bescheiden, stark und gerecht. Aber er hatte einen entsetzlichen Makel. Er litt seit früher Jugend an Lepra. Nach dem Tode seines Vaters Amory erkannten die Barone den blutjungen Königssohn zwar als ihr Oberhaupt an, beschlossen jedoch, ihm einen Regenten zur Seite zu stellen. Raymond von Tripolis, der nach vielen Streitereien dazu berufen wurde, war zwar ein fähiger und energischer junger Fürst, ihm fehlte aber jede taktische Geschmeidigkeit, um mit seinen eifersüchtigen Widersachern im Königreich fertig zu werden. Außerdem war er der Ansicht, dass er selbst den besseren König abgegeben hätte. Raymond wurde zum Anführer einer der beiden feindlichen Parteien, in die das Land nach Amoris Tod zerfiel. Die Hospitaliter-Ritter schlossen sich ihm an, ebenso der größte Teil der Reichen seit langem in Utremeer lebenden Barone. Sie waren die Tauben, überzeugt davon, dass man alles daran setzen müsse, um sich mit Saladin friedlich zu arrangieren. Nur so werde man die heiligen Städten und natürlich das eigene zusammengeraffte Vermögen bewahren. Ihnen gegenüber standen die Falken, die den Krieg propagierten. Die Tempelritter, angetrieben von maßlosem Stolz und Selbstüberschätzung, fanden in den beutegierigen und kriegerischen Neuankömmlingen, die noch immer Jahr für Jahr ins Heilige Land strömten, willige Helfer. Sie fanden alsbald den passenden Führer, jenen unseligen Renaud von Chatillon, den Schrecken Zyperns, der im Mai 1175 nach 16-jähriger Haft von Saladin freigelassen worden war. Renaud eroberte das Herz einer reichen, jungen Witwe, die davon überzeugt war, dass Raymond von Tripolis ihren Gatten habe umbringen lassen. Wie einst Brunnhilde flüsterte sie Renaud jede Nacht zu, er müsse sie an Raymond rächen. Bei einem Raufbold und Mörder wie Renaud fielen ihre Worte natürlich auf fruchtbaren Boden. Der leprakranke König durchschaute trotz seiner Jugend alles, was um ihn vorging. Obwohl ihn die Krankheit von Jahr zu Jahr mehr zeichnete, war sein Blick für die Lage erstaunlich reif. Im Jahre 1177 war Baudoumin IV. 16 Jahre alt. Er wurde für volljährig erklärt und Raymond gab die Regentschaft zurück. Der junge König regierte nun allein. Etwa um die gleiche Zeit hatte Saladin alle seine Länder neu organisiert, ehrliche Stadthalter eingesetzt, das Heerwesen vernünftig geordnet und überall Liebe und Bewunderung zurückgelassen. Nun konnte er an die Aufgabe gehen, für die er sich von Allah berufen sah, die ungläubigen Franken aus dem heiligen Jerusalem, der Stadt, von der aus Mohammed ins Paradies geführt worden war, zu vertreiben. Der aussätzige König Baudouin war davon überzeugt, dass er sich nur behaupten konnte, wenn er rasch Hilfe erhielt. Aber gerade in dieser Zeit war von Konstantinopel nichts mehr zu erwarten. Kaiser Manuel wurde von den Seltschuken vernichtend geschlagen und konnte sich mit Mühe hinter die Mauern seiner Hauptstadt retten. Als er schließlich 1179 starb, hinterließ er seinem elfjährigen Sohn Alexios ein bankrottes Reich. Von dort also gab es keine Hilfe. Aber wie stand es mit Westeuropa? Auch hier keine Chance. Zwietracht und kriegsähnliche Zustände lähmte die Herrscher und nirgends fand sich ein Urban II. oder ein heiliger Bernhard, der die Adeligen mit flammenden Reden zum Kreuzzug aufgefordert hätte. Die Lage wurde kritisch, als Saladin 1177 mit den ersten Angriffen auf das Königreich Jerusalem begann. Als der Sultan die ägyptische Grenze überschritt, um durch das südliche Palästina zu ziehen, war der königliche Rat zu Jerusalem so uneins wie immer. Da erhob sich, es muss ein gespenstischer Anblick gewesen sein, der todkranke königliche Jüngling aus seinem abgedunkelten Zimmer und erschien verschleiert im Ratssaal. In einem furchtbaren Wutanfall zwang er die widerspenstigen Barone zu gemeinsamen Handeln. Selbst die eigensinnigen Templer konnten sich dem erschütternden Auftreten dieses lebenden Leichnams und seines Heldenmuts nicht entziehen. Jeder waffentragende Mann des Königreichs wurde aufgerufen, der Patriarch musste das wahre, heilige Kreuz, das die ersten Kreuzritter bei der Schlacht um Jerusalem erbeutet hatten, aus der Schatzkammer holen. Derart unter Gottes Schutz stehend, marschierten die Christen Saladin entgegen. In der Nähe von Burg Mongizar, unweit des heutigen Tel Aviv, fiel das Ritterheer am 25. November 1177 über Saladins Streitmacht her. Es war der letzte Sieg der Ritter über die Sarazenen, der einzige über Saladin. Vermutlich besiegten nur 650 Kreuzritter und 3000 Fußsoldaten das Heer des Sultans, 30.000 Mann. Saladin wurde nur durch die Tapferkeit seiner Mamelukenleibgarde gerettet. Der todkranke König Boudouin, der sich von seinem syrischen Leibarzt noch einen schmerzstillenden Trank hatte geben lassen, kämpfte in vorderster Front und riss seine Ritter unwiderstehlich mit. Es spricht für die taktische Meisterschaft Saladins, dass er die Überreste seines geschlagenen Heeres einigermaßen geordnet zurück nach Ägypten zu führen vermochte. Schon ein Jahr später folgte das zweite Aufeinandertreffen. Diesmal war Saladin gewarnt und besser auf die fanatischen Tempelritter vorbereitet. Die zogen nämlich wieder einmal dem Heer weit voraus, um allein den Ruhm des Sieges zu ernten. Doch diesmal wurden sie von Saladin geschlagen und rissen in ihrer wilden Flucht das Heer des Königs mit. Der Templer Großmeister Odo de Saint-Amand und Dutzende führender Barone gerieten in Gefangenschaft, tausende Fußsoldaten fielen, der König flüchtete sich in eine Burg. Saladin wollte den Tempel Großmeister gegen einen hochgestellten Muselmanen austauschen. Aber Odo empörte sich. Wer sei ihm schon gleichzustellen? Lieber als gegen einen kleinen Emir ausgetauscht zu werden, wollte er im Kerker verfaulen. Und so geschah es. Bodumer aber sah keinen anderen Ausweg, als Saladin um einen Waffenstillstand zu bitten. Saladin, der sich noch mit den Türken Kleinasiens arrangieren musste, gewährte ihm diesen nicht ganz uneigennützig. Zwei Jahre war Ruhe. Dann verließ am 11. Mai 1182 Saladin Ägypten, um das Ende der christlichen Staaten vorzubereiten. Noch freilich herrschte Waffenstillstand. Das aber war ein Zustand, den der Räuberinstinkt eines Renaud de Chatillon nicht ertragen konnte. Umso weniger als vor seinen Augen, er saß jetzt auf seiner neu erbauten, riesigen Burg Crac de Montreal, jenseits des Toten Meeres, Monat für Monat reiche Karawanen vorbeizogen. Die Versuchung wurde immer grösser und im Sommer überfiel Renaud eine friedliche Kaufmannskarawane und raubte sie aus. Saladin forderte Wiedergutmachung, die ihm vom König und der friedlichen Partei der Tauben auch zugesagt wurde. Die Falken freilich bestärkten Renaud in seiner Halsstarrigkeit, nichts wieder gut zu machen. Dann nahm Saladin einen europäischen Pilgerzug mit 1500 Personen gefangen. Er bot sie gegen Ersatz der von Renaud verursachten Schäden an. Die Kriegspartei am Hof zu Jerusalem bekam die Oberhand, drang auf Buduma ein. Der König lehnte also das Angebot Saladins ab. Der Krieg war da. Doch es kam nur zu einigen lokalen Gefechten. Und Saladin, dessen Schwierigkeiten mit den Türken größer waren, als er erwartet hatte, bot diesmal einen vierjährigen Waffenstillstand an. Buduma und die Partei Remos von Tripolis nahmen sofort an. Doch wieder war es Renaud de Chatillon, der zündelte. Mit einem kleinen Geschwader plünderte er Schiffe, die das Rote Meer überquerten, um ägyptische Pilger nach Mekka zu befördern. Saladin und die muselmanische Welt waren außer sich vor Entsetzen. Die Gläubigen schworen unbarmherzige Rache. Und Saladin hatte einen willkommenen Vorwand, nun mit aller Kraft gegen die christlichen Frevler zu Felde zu ziehen. Am 17. September 1183 marschierte der Sultan gegen Guy de Lusignan, den neuen Regenten des Königreichs Jerusalems. Denn Buduma war inzwischen so hinfällig geworden, dass er von seinem Amt zurückgetreten war. Guy de Lusignan war ein dummer, eitler junger Mann aus Südfrankreich, den die Schwester Boudouins, Sibylle, geheiratet hatte. Ein Jüngling, der in kritischen Situationen schnell den Kopf verlor und dann mit schlafwandlerischer Sicherheit immer die falschen Entscheidungen traf, wenn er sich überhaupt dazu aufraffen konnte. Ersparen wir uns die beschämenden Einzelheiten. Es wurde ein zwar hinhaltender, aber letztlich hoffnungsloser Kampf. Ein verzweifeltes Aufbäumen zerstrittener und unfähiger christlicher Barone gegen ein muselmanisches Heer mit einem brillanten Führer an der Spitze. Die Katastrophe brach über die Verteidiger des Königreichs Jerusalem am 4. Juli 1187 herein. Das Heer der Christen hatte sich aus eigener Dummheit von Saladin einschließen lassen. Der Sultan betete vor der Schlacht lange und zweifelte nicht daran, dass der Sieg ihm gehören würde. Obwohl sich die Christen tapfer wehrten und trotz ihrer Erschöpfung Dutzende Attacken des muselmanischen Heeres abwehrten, kam das Ende schon nach etwa drei Stunden, als die Befreiungsversuche der schweren christlichen Reiterei nichts ausrichteten. Saladin hatte den Befehl gegeben, die Ritter durchpreschen zu lassen, sie aber am Zurückkehren zu hindern. Das geschah auch, und bald danach setzte der Sturmangriff auf das verzagte Fußvolk ein. Der Sultan trieb seine Leute mit dem Ruf »Straft den Teufel Lügen« gegen die Christen. Der Bischof von Akko, der das Heilige Kreuz getragen hatte, fiel, die kostbare Reliquie fiel in die Hände der Mohamedaner. In der Nähe des Dorfes Hattin wurden die christlichen Ritter von Saladin vernichtend geschlagen. Als der Sieg für Saladin feststand, stieg er vom Pferd, neigte sich zur Erde und dankte seinem Gott mit Freudentränen in den Augen für den Triumph. Immerhin war der leprakranke Boudouin bereits ein Jahr zuvor gestorben und musste den Untergang des christlichen Heeres nicht mehr miterleben. Der inzwischen zum König von Jerusalem ernannte Guy geriet mit einigen wenigen überlebenden Baronen in Gefangenschaft. Renaud de Chatillon wurde vom Sultan eigenhändig der Kopf abgeschlagen. Die überlebenden Tempelritter und Hospitaliter wurden allesamt erschlagen, die übrigen Gefangenen in die Sklaverei verschleppt. Die Preise für Sklaven fielen in diesen Monaten derart, dass man einen Christen schon für den Gegenwert von ein paar Sandalen erhielt. Der Sieg bei Hattin traf das Königreich tödlich. Ohne großen Widerstand öffnete nur sieben Tage später Akko, die wichtigste Stadt des Königreiches, Saladin die Tore. Nablus, Jaffa, Nazareth und zahlreiche Städte und Burgen im Norden Palästinas und in Galiläa kapitulierten ebenfalls. Sidon ergab sich kampflos, Beirut fiel am 6. August. Lediglich Tyros hielt sich, aber alle blickten nach Jerusalem. Was würde mit der heiligen Stadt geschehen? Saladin versuchte Jerusalem durch Verhandlungen in die Hand zu bekommen. Die Stadt war stark befestigt und wohl nur nach langer Belagerung einzunehmen. Die Bewohner lehnten eine kampflose Übergabe stolz ab. Am 20. September schloss Saladin die Stadt ein. Am 26. eroberte er den Ölberg. Genau an der Stelle, von der aus vor 88 Jahren Gottfried von Bouillons lotringische Ritter die Stadt erstürmt hatten, unterminierten die Pioniere des Sultans nun die Mauern Jerusalems. Drei Tage später stürzte ein breiter Abschnitt der Mauer ein und die Angreifer konnten in die Bresche eindringen und sich innerhalb der Stadt festsetzen. Am 2. Oktober 1187, dem Jahrestag der Himmelfahrt des Propheten Mohammed, legte die Besatzung die Waffen nieder. In diesen Tagen bewies Saladin einmal mehr seine edle Gesinnung. Niemand von den Christen wurde umgebracht, keine Frau geschändet. Militärstreifen patrouillierten durch die Straßen Jerusalems und achteten auf Ruhe und Ordnung. Welch ein Unterschied zu den bluttrunkenen Christen, die zwei Generationen zuvor eines der grausamsten Massaker der Geschichte angerichtet hatten. Wer sich freikaufen konnte, durfte gehen. El-Adil, der Bruder Saladins, war vom Anblick der weinenden Sklaven so gerührt, dass er den Sultan bat, ihm 1.000 davon zu schenken. Saladin gab sie ihm und El-Adil ließ sie unverzüglich frei. Rechnete Saladin mit neun Kreuzzügen? Wahrscheinlich ja, ganz sicher aber fürchtete er sie nicht. Zwei Jahre war Ruhe. Dann verließ am 11. Mai 1182 Saladin Ägypten, um das Ende der christlichen Staaten vorzubereiten. Noch freilich herrschte Waffenstillstand. Das aber war ein Zustand, den der Räuberinstinkt eines Renaud de Chatillon nicht ertragen konnte. Umso weniger als vor seinen Augen, er saß jetzt auf seiner neu erbauten, riesigen Burg, Crac de Montreal, jenseits des Toten Meeres, Monat für Monat reiche Karawanen vorbeizogen. Die Versuchung wurde immer größer und im Sommer überfiel Renaud eine friedliche Kaufmannskarawane und raubte sie aus. Saladin forderte wieder Gutmachung, die ihm vom König und der friedlichen Partei der Tauben auch zugesagt wurde. Die Falken freilich bestärkten Renaud in seiner Halsstarrigkeit nichts wieder gut zu machen. Dann nahm Saladin einen europäischen Pilgerzug mit 1500 Personen gefangen. Er bot sie gegen Ersatz der von Renaud verursachten Schäden an. Die Kriegspartei am Hof zu Jerusalem bekam die Oberhand, drang auf Buduma ein. Der König lehnte also das Angebot Saladins ab. Der Krieg war da. Doch es kam nur zu einigen lokalen Gefechten. Und Saladin, dessen Schwierigkeiten mit den Türken größer waren, als er erwartet hatte, bot diesmal einen vierjährigen Waffenstillstand an. Buduma und die Partei Remondes von Tripolis nahmen sofort an. Doch wieder war es Renaud de Chatillon, der zündelte. Mit einem kleinen Geschwader plünderte er Schiffe, die das... ...bald den passenden Führer, jenen unseligen Renaud von Chatillon, den Schrecken Zyperns, der im Mai 1175 nach 16-jähriger Haft von Saladin freigelassen worden war. Renaud eroberte das Herz einer reichen, jungen Witwe, die davon überzeugt war, dass Remond von Tripolis ihren Gatten habe umbringen lassen. Wie einst Brunnhilde flüsterte sie Renaud jede Nacht zu, er müsse sie an Remond rächen. Bei einem Raufbold und Mörder wie Renaud fielen ihre Worte natürlich auf fruchtbaren Boden. Der leprerkranke König durchschaute trotz seiner Jugend alles, was um ihn vorging. Obwohl ihn die Krankheit von Jahr zu Jahr mehr zeichnete, war sein Blick für die Lage erstaunlich reif. Im Jahre 1177 war Buduma IV. 16 Jahre alt. Er wurde für volljährig erklärt und Remond gab die Regentschaft zurück. Der junge König regierte nun allein. Etwa um die gleiche Zeit hatte Saladin alle seine Länder neu organisiert, ehrliche Stadthalter eingesetzt, das Heerwesen vernünftig geordnet und überall Liebe und Bewunderung zurückgelassen. Nun konnte er an die Aufgabe gehen, für die er sich von Allah berufen sah, die ungläubigen Franken aus dem heiligen Jerusalem, der Stadt, von der aus Mohammed ins Paradies geführt worden war, zu vertreiben. Der aussätzige König Baudoin war davon überzeugt, dass er sich nur behaupten konnte, wenn er rasch Hilfe erhielt. Aber gerade in dieser Zeit war von Konstantinopel nichts mehr zu erwarten. Kaiser Manuel wurde von den Seltschuken vernichtend geschlagen und konnte sich mit Mühe hinter die Mauern seiner Hauptstadt retten. Als er schließlich 1179 starbte und 3000 Fußsoldaten das Heer des Sultans, 30.000 Mann. Saladin wurde nur durch die Tapferkeit seiner Mamelukenleibgarde gerettet. Der todkranke König Baudoin, der sich von seinem syrischen Leibarzt noch einen schmerzstillenden Trank hatte geben lassen, kämpfte in vorderster Front und riss seine Ritter unwiderstehlich mit. Es spricht für die taktische Meisterschaft Saladins, dass er die Überreste seines geschlagenen Heeres einigermaßen geordnet zurück nach Ägypten zu führen vermochte. Schon ein Jahr später folgte das zweite Aufeinandertreffen. Diesmal war Saladin gewarnt und besser auf die fanatischen Tempelritter vorbereitet. Die zogen nämlich wieder einmal dem Heer weit voraus, um allein den Ruhm des Sieges zu ernten. Doch diesmal wurden sie von Saladin geschlagen und rissen in ihrer wilden Flucht das Heer des Königs mit. Der Templer-Großmeister Odo de Saint-Amand und Dutzende führender Barone gerieten in Gefangenschaft. Tausende Fußsoldaten fielen, der König flüchtete sich in eine Burg. Saladin wollte den Tempel-Großmeister gegen einen hochgestellten Muselmanen austauschen. Aber Odo empörte sich. Wer sei ihm schon gleichzustellen? Lieber als gegen einen kleinen Emir ausgetauscht zu werden, wollte er im Kerker verfaulen. Und so geschah es. Boudouma aber sah keinen anderen Ausweg, als Saladin um einen Waffenstillstand zu bitten. Saladin, der sich noch mit den Türken Kleinasiens arrangieren musste, gewährte ihm diesen nicht ganz uneigennützig. Hinterließ er seinem elfjährigen Sohn Alexios ein bankrottes Reich. Von dort also gab es keine Hilfe. Aber wie stand es mit Westeuropa? Auch hier keine Chance. Zwietracht und kriegsähnliche Zustände lähmte die Herrscher, und nirgends fand sich ein Urban II. oder ein heiliger Bernhard, der die Adeligen mit flammenden Reden zum Kreuzzug aufgefordert hätte. Die Lage wurde kritisch, als Saladin 1177 mit den ersten Angriffen auf das Königreich Jerusalem begann. Als der Sultan die ägyptische Grenze überschritt, um durch das südliche Palästina zu ziehen, war der königliche Rat zu Jerusalem so uneins wie immer. Da erhob sich, es muss ein gespenstischer Anblick gewesen sein, der todkranke königliche Jüngling aus seinem abgedunkelten Zimmer und erschien verschleiert im Ratssaal. In einem furchtbaren Wutanfall zwang er die widerspenstigen Barone zu gemeinsamen Handeln. Selbst die eigensinnigen Templer konnten sich dem erschütternden Auftreten dieses lebenden Leichnams und seines Heldenmuts nicht entziehen. Jeder waffentragende Mann des Königreichs wurde aufgerufen, der Patriarch musste das wahre, heilige Kreuz, das die ersten Kreuzritter bei der Schlacht um Jerusalem erbeutet hatten, aus der Schatzkammer holen. Derart unter Gottes Schutz stehend, marschierten die Christen Saladin entgegen. In der Nähe von Burg Mongizar, unweit des heutigen Tel Aviv, fiel das Ritterheer am 25. November 1177 über Saladins Streitmacht her. Es war der letzte Sieg der Ritter über die Sarazenen, der einzige über Saladin. Vermutlich besiegten nur 650 Kreuzritter. Keiner der Könige Jerusalems ist so von tiefer menschlicher Tragik umgeben wie dieser blutjunge Herrscher. Keiner hat so sehr die Fantasie der großen mittelalterlichen Dichter angeregt wie Boudouin IV. Sein Vater Amory stellte ihm die besten Erzieher zur Seite. Er schien sich zum Stolz der christlichen Ritterschaft auszuwachsen. Der blonde Knabe war schön und klug, mutig und bescheiden, stark und gerecht. Aber er hatte einen entsetzlichen Makel. Er litt seit früher Jugend an Lepra. Nach dem Tode seines Vaters Amory erkannten die Barone den blutjungen Königssohn zwar als ihr Oberhaupt an, beschlossen jedoch, ihm einen Regenten zur Seite zu stellen. Raymond von Tripolis, der nach vielen Streitereien dazu berufen wurde, war zwar ein fähiger und energischer junger Fürst, ihm fehlte aber jede taktische Geschmeidigkeit, um mit seinen eifersüchtigen Widersachern im Königreich fertig zu werden. Außerdem war er der Ansicht, dass er selbst den besseren König abgegeben hätte. Raymond wurde zum Anführer einer der beiden feindlichen Parteien, in die das Land nach Amoris Tod zerfiel. Die Hospitaliter-Ritter schlossen sich ihm an, ebenso der größte Teil der Reichen seit langem in Outremer lebenden Barone. Sie waren die Tauben, überzeugt davon, dass man alles daran setzen müsse, um sich mit Saladin friedlich zu arrangieren. Nur so werde man die heiligen Städten und natürlich das eigene zusammengeraffte Vermögen bewahren. Ihnen gegenüber standen die Falken, die den Krieg propagierten. Die Tempelritter, angetrieben von maßlosem Stolz und Selbstüberschätzung, fanden in den beutegierigen und kriegerischen Neuankömmlingen, die noch immer Jahr für Jahr ins Heilige Land strömten, willige Helfer. Sie fanden als P...